Ja Olla, hast du eben auch den Stabelgabler gesehen? Ja, den Stabelgabler! Wie, du weißt nicht, was ein Stabelgabler ist. Was ist denn los mit dir? Muss ich dir wieder helfen? Na gut, hast du denn den Relpatschlebach gesehen? Den Relpatschlebach! Boah, ey, sag mal, was ist denn los heute mit dir? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich muss immer alles vorsagen. Ich finde es nicht gut, ehrlich. Den Gabelstapler! Hast du den gesehen? Ach, du hast den gar nicht gesehen. Ach so. Ja, dann schlaf gut, ne? Tschüss.